Es geht natürlich ganz klar um Digitalisierung, es geht um Vernetzung, es geht um Automatisierung und grundsätzlich natürlich das ganz große Thema Effizienz. Und das kann man sich hier auch der Hausmesse auch gut anschauen an unseren Themenständen, auch den Vorträgen. Was wir als TEWIS empfehlen, wo wir unterstützen können, aber auch was die Kunden natürlich selber unternehmen, um dort einfach ihre Wettbewerbsfähigkeit zu halten und weiter auszubauen. Die meisten hatten halt so ihre Schmerzpunkte, sage ich mal, in der Datenvorbereitung, also dass sie halt oft Zeit verlieren. Hier konnten wir zeigen, dass wir mit der 4.1 unterstützend programmieren können. Ich denke, wir konnten auch wieder einige davon überzeugen, dass es sich auf alle Fälle lohnt, auf die 4.1 umzusteigen, um eben schneller von A nach B zu kommen. Heute ist der digitale Zwilling in allem Munde. Wir machen den eigentlich schon seit 20 Jahren und die Kunden wissen auch, nur so funktioniert Automatisierung. Es geht vor allem um das Thema Intelligenz ins Bauteil zu bringen und hier steckt irgendwo auch verborgen das Thema KI drin. Wir haben aber einige Anregungen bekommen, was wir nutzen können, was wir vielleicht einfließen können für die Zukunft, aber da will ich mal noch nicht zu viel verraten. Wir möchten auf jeden Fall immer am neuesten Stand der Technik sein, im Prinzip vorne dabei zu sein. Die Parametrik, die es vorher nicht gab und jetzt ist es ganz einfach und erinnerungsfreundlich, noch nachträglich Modifikationen einzubringen. Die vielen neuen Funktionalitäten, die wir jetzt haben, mit der neuen Release, den Kantenfallrunder, die Phase, wir versuchen da sehr userfreundlich zu sein, dass sich jeder Anwender auch intuitiv zurechtfindet. Die Herausforderungen unserer Zeit erfordern natürlich besondere Lösungen. Effizienz und Automatisation bedeutet ja auch, ressourcenschonend die Dinge tun, die man tun muss. Wir wollen den ganzheitlichen Ansatz fahren, den Wandel aktiv mitgestalten, der im Moment da ist. Wir wollen die Unternehmen verbessern und dafür sorgen, dass da einfach mit motivierten Menschen entsprechend effizient produziert, entsprechende Wirtschaftlichkeit auch hergestellt wird. Am meisten verbindet unsere langjährige Partnerschaft die gleiche Philosophie, nicht nur unser Werkzeug, die Programmierung, die Maschine zu sehen, das gesamte Paket, so dass wir aus dem das Beste für den Kunden herausarbeiten und so bessere Lösungen für eine höhere Produktivität schaffen, das ist schön, Partner hier zu haben, die einen ähnlichen WP holen. Dem Team von der Implementierung würde ich Herr Armbruster mit Team, das bin ich in der Vergangenheit auch sehr gut gefahren. Wir haben sehr viel umgesetzt, da haben wir viele Inhouse-Stunden bei uns im Betrieb gehabt. Zum Schluss hat eigentlich alles funktioniert. Die Verbindung mit Proleis ist jetzt natürlich für uns nur mal ein Punkt, der uns nur enger zusammenschweißt, weil das Planungssystem, die ganze Durchgängigkeit über die Programmierung und Kampfsystem, das ist eigentlich jetzt momentan das, was uns am meisten effektiv hat. Vor allem haben wir Gespräche geführt, was Einlaufträge, spontane Änderungen angeht. Dass wir die Unternehmen immer wieder an ihre Grenzen bringen in der Fertigungsplanung und dass eben Proleis als MES-Software, als Integrationssoftware da eine tolle Lösung bietet, um die Ressourcen eben entsprechend automatisiert einzuplanen, so dass der Liefertermin auch am Ende wieder passt. Die Erwartungen für mich an diese Hausmesse sind in erster Linie die neuen Innovationen von Tebis zu sehen und natürlich das Netzwerk auch zu pflegen mit den anderen Branchen. Man trifft auch immer Leute, die wir schon jahrelang immer wieder hier sind. Das macht es sehr angenehm. Wir sind natürlich ein lokales Unternehmen hier in Bayern, beheimatet und verankert, aber gleichzeitig bekennen wir uns zu unserem internationalen Geschäft. Heute machen wir bereits über 50 Prozent unseres Umsatzes international und das ist auch ganz klar in unserer Strategie verankert. Vorhin hat sich bei mir ein Besucher verabschiedet, der gesagt hat, er geht jetzt in Rente und kann leider nicht mehr auf die Hausmesse kommen und war aber schon 30 Jahre sozusagen mit der Tebis eng verbunden und auf allen Hausmessen, die wir hatten. Und das ist schon denke ich ein großes Kompliment.